Moin Moin und rein da. Die Wippen, das kennen wir doch, das ist eh sich oin. Let's go. Meine Stimme ist auch im Arsch. Let's go! Äh, 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 warum? Ja, Digga, und was jetzt? Jawohl, nächster Checkpoint. Die ersten sind schon drin. Was für Schwitzer. Jawohl, das ist das Ziel. Und ich boxe mich hier noch mit einem. So, da gehst du jetzt rein, du miese Sau. Da gehst du jetzt rein. Hast du mich verstanden eigentlich? Schnell rein hier, Alter, bevor der mich noch bis zum bitteren Ende festhält. Türenlauf. Der Noob darf wieder ran. Hehe. So, welche Tür ist die kleinere? Ich hab keine Ahnung. Ich sag, ich sag ganz rechts. Wenn ich jetzt rausfliege, dann bin ich sauer. Du mieses Drecksschwein. Leg dich nicht auf die Schnauze und lauf. Das ist so ein Dreck. Yeah, noch ne Runde. Mal gucken, wie oft ich noch rausfliege vor dem Finale. Hä? Mann. Türenlauf. Genau das gleiche Game nochmal. Digga, wenn ich jetzt wieder rausfliege, dann... Gibt's echt, also... Dann fahr ich zu den Entwicklern und scheiß den auf den Schreibtisch. Ich werd da halt schon wieder rausfliegen, ne? So wie die hier wieder alle durchrushen, die Schwitzer. Nicht auf die Schnauze legen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ja. Ey, und dann kommt wieder Fruchtsommer, ne? Ist klar, damit ich... Damit ich schön rausfliege. Och, Mann. Okay, wir haben drei Birnen und eine Kokosnuch. Ey! Boah, Junge. Wie viele jetzt schon rausgeflogen sind, Alter. Drei rote und vier Bananen. Was? Was? Da waren so viele Bananen. Da waren... Viel Bananen. Da war doch nicht eine. Ja, kein Wunder, Alter. Was ist das für ein... Da waren so viele Bananen. Das war nicht... Also... Ich hasse das Spiel. Jetzt bin ich gebrochen. Guck mal, hier bin ich vorne mit dabei, weil ich das Game auch kann. Bitte. Oh! Ach, schade, ey. Zweiter. Ich wäre fast Erster geworden. Aber immerhin. Perfektes Paar. Das schaffen wir auch. Pff. Alter. Kommt Stimmbruch wieder zurück? Alter. Dieses Gedrängel. Okay. Ähm. Orange, Banane, Kirsche. Bruder. Keine Ahnung. Da hinten war gar nichts von der Mango, Alter. Weiter geht's. Der Kreisel, da gehen wir durch die Mitte. Das sieht alles sehr überlegt aus. So, durch die Mitte. Komm, ich möchte das einmal schaffen. Ich habe das noch nie geschafft. Alter, das ist doch... Das ist... Das ist... Das ist Mobbing. Das ist sowas von Mobbing, Alter. Was ist das denn für ein... Ich habe es fast geschafft. Okay, nee. Jetzt muss ich aber nach außen gehen. Weil sonst fliege ich raus. Ja. Nein. 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 Er ist nicht stehen geblieben. Ach, Mann. Ja. Jetzt soll ich das direkt nochmal spielen. Geil. Danke, Vollgeist. Danke. Geil. Guck mal, wie viele vor mir sind, Alter. Ich kann jetzt schon... Ich kann jetzt schon aufgeben. Wirklich. Das ist so eine dumme... Ey. Oh mein Gott. Ich habe es echt geschafft, ey. Gott sei Dank. Wippelwirrwarr. Yeah. Yeah. Ja. 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 Gibt es mir. Ja. Danke. Ja. Danke. Danke. Danke, dass ich die ganze Zeit noch von Schnauze kriege. Ich danke es dir. Alter. Würdest du mich verarschen? Hier komme ich auch nie durch, ohne irgendwas zu berühren, ne? Niemals. Oh mein Gott. Ich komme ins Ziel. Jawohl. 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 So muss das sein. Oh. Das hatte ich ja noch nie. Abschweifen. Einige Spieler beginnen mit Schweif, andere nicht. Greife mit RT einen Schweif und sorge dafür, dass du einen hast, wenn die Zeit abläuft. Okay. Erstmal richtig schön abschweifen. Und ich habe keinen Schweif, natürlich. Ja. 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 Ich habe einen Schweif. Ich habe einen Schweif. Ich habe einen Schweif. Aua. Nein. 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 Das ist lustig. Ja. Komm her. Ja. Komm her. Du Pirat. Los geht mir an EnergyRive. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das erste Mal dieses Game gespielt und direkt geschafft. Och nein. Nein. Ich habe das schon mal gespielt und ich kann es absolut nicht. Oh, nö, ey. Das Spiel will echt nicht, dass er ins Finale kommt. Das will mich mobben. Ich darf echt nicht ins Finale kommen. Das ist echt traurig, wirklich. Und der Ball kommt direkt zu mir. Ja, ein Punkt für mich. Du bist doch ein Noob. Du bist doch ein Noob. Komm schon. Nein, nein. Hä, der kommt mich doch auch nicht hin. Aber er verkackt jedes Mal, wenn er Aufschlag hat. Aber ich auch. Ach, Junge. Ich möchte auch einmal nur, einmal ins Finale kommen. Junge, 5-5. Ja, ich bin im Finale. Ich bin im Finale. Oh mein Gott, Alter. Geil. Jetzt noch Finale. Gott sei Dank. Was kommt jetzt für ein Finale? Bitte ein gutes Finale. Oh, nö. Aber ich gebe mein Bestes. Motivation, das schaffen wir. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich muss nur an mich glauben. Warum? Ich drücke ganz anders, als er macht, Alter. Junge, das ist so ein dummes Drecksgame. Ich gehe jetzt raus, Alter. Was ist das für ein Sch***? Ach, Junge. Ne, da bin ich ernsthaft raus. Wirklich. Was ein Schmutzgame. Was ist das für ein Sch***? Was ist das für ein Sch***? Vielen Dank.